Wer ist schneller als Wind und Sturm? Der Titzemorph! Wie wird man Meister? Pokémon Meister? Hallo na! Mein Freund, das geht ab. Ich werd's euch zeigen. So, wir gehen weiter. Oh Mann! Guck mal, wer da... Ah, die siehst man gar nicht, ne? Na, wer versteckt sich denn da? Oh! Ach, du arzt es nicht! Na? Cheetah! Uh! Du warst bei der MSN gar nicht surfen. Äh, äh, und Stärke am Auto da. Ich war alles. Du warst alles? Ja. Guck mal, der ist ein Moir! Schon ziemlich fancy. Was kann der? Der Aal? Zeig mal her, zeig mal her den Aal jetzt! Ja, nein, zeig mal her das Team. Peck! Ja! Ne, ist auch früher da! So, so! Guck mal an! Mew! Mew auf Level 17 vor allem! Ja, war auf Level 1! Ach, echt ist es auf Level 1? Heuer will ich jetzt den super tollen Pokéball hier! Zeig euch den nochmal her! Ach, guck mal! Oh! 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 Dann haben wir eben kurz den nächsten Modus hier angemacht! Zack, zack! Aber das Wesen ist hart belastend! Ja! Ja! Du musst es halt, das ist halt ein speziell defensives! Ja! Was jetzt nicht unbedingt uns bieten soll! Ne, das tankt erstmal alles! Und dann gucken wir mal, was der Gegner so kann! Aha! Clever! Clever! Aber ich habe auch schon ein bisschen so, ich habe mir gedacht, komm, du hast jetzt gerade die Attack bekommen, dann muss er rauf! Okay! Okay! Aber ich kann es auch physisch spielen! Also das ist ja, wie ich es möchte! Also läuft! Stimmt! Also äh, mixt! Mal gucken! So! Was haben wir heute im Angebot? Turm! Guck mal hier dran vorbei! Turm! Turm! Ich gehe also erstmal ins Pokémon Center! Oh! Mew! Nicht! Mew! Nicht! Mew! 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 Die Musik ist auf jedem Fall so cool! Oh Uwe! Alter! Pruder, wie hoch? Uwe! Wir kommen auch gleich! Nein! Wieso nicht! Lass was anderes machen! Quellen wir zurück zum Mutti? Mutti hat gekocht, habe ich gehört! Dann müssen wir hin! Ja? Was? Gib Kartoffelgarten? Von Mutti! Okay! Ja! Und bisschen Vanillepudding! Aha! aber du wenn wir ganz lieb sind also das gibt es am dreißigsten oder was hast du dann die polen ja ich habe etwas anderes ich mache hier schön wenn du den polen recht muss ja okay ja ja okay so rein in den tor mir mal kurz was denn was guckst du da aha aha richtiger ehrenbruder ich habe es nicht gefunden oder schwester ich weiß auch nicht die eugen findet man an daneben der findet man die perle so weit kurz das sieht so geil aus wie es nach vorne so weg fliegt aha sie ist bestimmt richtig angst herr mit der munigen ja jetzt mal eine pistole hin dran mein pp ach hör mir doch auf hier so komm auf zu uwe ah formell warte das will ich auch haben bei der alten wenn du wieder vorgelaufen bist ne hallo da wollen wir hier auch formell du bist ja ein niedlicher junge formeller hut kannst du mal bitte ja ich mach mal jetzt formelles outfit ja mach mal bitte das rentner outfit da weg ey warte hier kurz boah zu clean guck mal formell ist eh wo die schon mal das sehe ich aber den hut sehe ich ja oh hier guck mal zack oh ach du meine güte jetzt werde ich hier so ein richtiger ein kellner formell jetzt werde ich formell hier kellner mal lecken mal lecken bitte ne da bleibe ich lieber postbode aber vielleicht postbode mit dunkler hose das sieht fancy aus ok so kann ich nicht drehen hier steht auch y drehen ja und wie halt doch deine fresse ja was möchtest du was möchtest du von mir ach möchtest du irgendwas sagen ja du ja erzähl doch mal du bist ein tonnenkopf ja ja aha Miu läuft schon mal vor Miu was wird Uwe bloß sagen möchtest du nicht mit Uwe reden ne Uwe ist mir zu abgehoben ja dann rede ich halt mit ihm aber ihr könnt es leider nicht sehen weil weil ich mir eine Perle hole ja weil ich erstmal die coolen Sachen hier auschecken will Uwe der ist immer das gleiche mit dem guck der hat macht sich doch schon eine Büx der bibbert doch schon hey Clint was genau der sagt der Wuzo wohl Schlimmer mitgebracht Schlimmer ja weil sie eingenässt hat nee hat Angst vor Geister Uwe ja nee schon 100 Jahre ein und immer noch Angst so okay Uwe auch vermutlich ist das der was ist ich glaube ich es Bist du da jetzt, was ist da los mit Kaido? Mit wem? Mit Kaido. Ich habe eben mit Kaido verstanden. Kaido, ja. Wo ist denn Kaido? Was ist denn los mit Kaido? Kaido, Alter. Ist Kaido nicht einer von Yu-Gi-Oh? Hab ich heute schon mal gefragt? Wer? Kaido! Nein. Achso. Woher ist er denn? Kai... Du meinst Kai... Kai-Ba? Ah ja, stimmt. Das ist der von Yu-Gi-Oh. Aha! Ja, sag ich doch. Ja. Und wer ist Kaido? Kaido? Kaido. Kai und Do. Ich habe erst an Kai Donnerstag gedacht, aber das passt auch nicht. Kai Donnerstag. Ah ja, okay, gut. Achso, gedreht. Bam, 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 bam. Ach, hör doch auf. Macht er bei dir schon mit Tränke oder nicht? Das geht ja gar nicht. Das ist Rediger 31er hier von ihm. Ich bin schon ein weiter. Ja? Ja. Ja. Er hat Angst gehabt. Übertränke. Ah. Oh, jetzt macht er doch noch Sand für mich. Ja, schon das zweite Mal. Oh, ehrlich? Ja. Oh, das wird mich belasten. Oh. 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 Und bei euch alles schick in der Physik. Schick in der Physik? Ja. Das Licht an, junger Mann. Alles schick in der Physik. Ja. 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 Also, äh, ja. Penny? Wen lieben wir? Penny? Wen lieben wir? So, hast du jetzt endlich mal Topoka weg oder was? Nee. Ach, jetzt kommt er hier mit Raiju. Raiju. Ey, bei mir ist ein Blitzer. Ah, guck mal. Also, er nimmt das nicht so ernst so mit, äh, nicht so wie wir. Wir entwickeln das nicht. Und können es auch nicht. Aha. Also, nehmen wir das. Das war halt schon komplett nicht relevant. Doch. Was? Doch. Dann habe ich in der Studie schon richtig ausgesessen, Mann. Die Polster, die sind nicht mehr da, wo sie mal waren. Voll weich und so. Das ist schon richtig unangenehm. Die waren immer so weich. Du, nur weil deine sind knüppelhart. Ja, das muss so. Ach, Quatsch. Blitzer. Was habe ich denn gegen Blitzer? Ah, hier. Mufasa. Den alten Hauding. Vor allem den Kopfnuss und holte aus. Ja. Kennst du das nicht? Nie mitgemacht, ne? Du musst doch den Schwung mit deiner... Ah, ja, ja. Boah, die Staff finde ich geil, die Animation. Hat das Mufasa, ne? Ja, Fuchtler. Ja, Fuchtler finde ich nicht so gut. Was? Fuchtler ist die OP? Nö, nö. Hat nur eine 120 Stärke. Ja, aber bist du verwehrt? Ja, nach zwei Runden. Bis dahin ist es halbe Team weg. Auch bei mir hat er jetzt den Trager eingesetzt. Du Flor. Halt der Sammerkopf. Das Wesen ist natürlich schmackhaft bei deinem Glutexo, ne? Du hast das gleiche Wesen auf deinem Glutexo. Stimmt, das hatten wir auch schon mal. Wir haben schon lange nicht mehr gespielt. Ach ja, ich weiß. Mach doch nicht immer sowas. Was ist denn da los? Also ihr habt Uwe besiegt. Ja? Ja. Cool. Uns Uwe. Na! Mhm. Achso. Huh. Der heult immer gleich, wenn man ihn besiegt. Ja, ich hab doch gedacht, der hat Angst. Ich weiß gar nicht, was er hier drin macht. Da sind Gespenster und so. So, als wenn du draußen bist, wenn es dunkel ist. Was? Da ist auch immer so. Du Spinner, ey. Als die Laternen ausgegangen sind und so. Ja, ich hab mich da... Ja. Das war schon gruselig. Ja. Gut, dass du Ledersitz hast, ne? Du... Ihr müsst wissen, ich bin morgens nach der Nachtschicht, um kurz vor 6, nach Hause gefahren und plötzlich war ein komplett Buchsehude Stromausfall und ich stand im... Heizmo... Hast du nicht... Hast du da nicht irgendwas zu tun da? Und auf jeden Fall war alles dunkel. Da ging nichts mehr. Und dann ploppten plötzlich so die Laternen auf. Ich hab mich richtig verjagt, ey. Das war schon gruselig. Schon hart. Du bist ein Spinner. Demnächst gibst du noch González auf diesem Kanal. Dann ist es aber nicht mehr so lustig. Das weißt du nicht. Ja, ich... Ey, wow! Ey, die Api, guck mal. Mit der formellen Jacke. Und der sportlichen Cap. Geil. Das passt aber auch nicht zusammen, ne? Formell und sportlich. Bei Evoli schon. Meinst du? Ja, immer. So, was gibt's hier noch für ein Item? X-Angriff. X-Angriff. Oh! Wer bist du denn? Bippa! Ich verstehe das einfach nicht, ne? Sie ist ziemlich stark. Kannst du damit um? Tabea? Dass sie stark ist. Tabea? Tabea, 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 Tabea. Reservierblatt. Oh, das ist schnell. Hast du gesehen, welche Attacke? Steinhagel. Oh, gibt es vielleicht Steinhagel? Ei, das wäre natürlich... Ach, und Flinch kriegst du ja auch noch, ich weiß. Oh, darf gleich nochmal. Oh. Okay, das Kleinstein ist auch schneller wie... Warum werde ich immer outspeeded? Aha! Zack, zack! Ausgewichen, Cooper! Ausgepeitscht! Zack, zack! Peitsche! Zack, zack! Peitsche! Gut, dass das ein hartes Wesen hat, ey. Cooper? Ja. Begeben, den heftigen Rang. Ja, locker und rasiert, ne? Zack, 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 zack! So, jetzt hier. Ich hab' dich lieb, ich hab' dich lieb. Ich hab' dich lieb. Ich hab' dich lieb. Was gibt's da noch? Lexier. So. Ja, Mew, das kommt davon, wenn man immer vorfliegen, ne? Dann kommt man irgendwann durcheinander. Es hat mich jetzt ausgeplayt. Ich bin an die Treppe gelaufen. Ach, Uwe, was willst du denn hier? Was läuft denn die ganze Zeit hinterher? Uwe, schrei immer nicht so rum. Echt? Die anderen kriegen nur Angst hier. Mensch. Nee, zu sehen. Nee, natürlich nicht. Oh, das war damals auf dem Game auch immer so geil aus, dieser Geist. Uwe. Was ist denn Uwe? Dem ist auch nicht zu spaßig. Uwe, hier, Tragosso ist wieder da. Und vor allen Dingen, Tragosso hat keine Angst, der zieht durch. Mein Bruder. Oder auch jetzt zieht er komplett durch. Ja, das kann ja auch mal ein bisschen traurig aussehen. So, was hat Evoli? Ach, Bruder. Was hat er denn jetzt? Laura, ich glaube, ich gehe los. Gib ihm mal eine Respektschelle, dann geht das wieder. Du kriegst gar nichts mehr. Wir streicheln nicht mehr. Was ist jetzt hier? Ach, der kommt auch noch auf mich zugeflogen. Was? Jetzt mal durchziehen. Ja, die haben gesagt, ich soll verschwinden. Ey? Hast du das nicht durchgedacht? Doch, habe ich. Ach so. Also, kommen wir später wieder. Na ja, ich habe gesagt, der soll verschwinden. Ja, dann gehen wir halt wieder, ne? Dann gehen wir halt wieder. Miu, kommst du? Ach, mein Miu. So, wer bist du? Mit ihr habe ich noch gar nicht geredet. Das heißt, dann gehen wir jetzt nach Prismania City. Oder wie? Den Song zeig ich mir mal bitte. Kennst du den Name? Ne, der ist super fancy. Der ist auf dem Limit. Und dann heißt das auch immer, der Weg nach Prismania, Azuria, Orania, Prismania. Das ist auf der Limited Edition von dem Soundtrack. Das ist die Limited Super Trainer Edition. Ich höre die Leiter nicht mehr. Es ist ganz schön laut geworden hier. Du fragst, ich habe hier irgendwas im Auge. Kannst du mal gucken? Da, 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 da. Die Musik ist ziemlich cool im Pokémon Center. Ich glaube, ich musste gleich mal wieder hier... Mir deine Achselhaare zeigen, oder was wolltest du mir erzählen? Wir haben vorhin... Offscreen habe ich irgendwas... Ich weiß gar nicht mehr, warum. Aber da hat Frank sich anscheinend gemobbt gefühlt und ich hatte meinen Arm so. Und dann hat er mir still heimlich ein Franklin hier hinten gezogen. Wisst ihr, was ein Franklin ist? Erst war es ein Gary, jetzt ist ein Franklin. Er kann sich auch nie entscheiden. Nein, Franklin ist doch hinten dran. Ist das ein Gary? Oder ist das ein Gary? Ist das ein Gary oder ein Franklin? Wer ist schneller als Wind und Sturm? Der Zitzenwurm! Wie viel sagt das bei den Zitzenwurm? Lass mal einen Daumen da für den Zitzenwurm. Hey, jetzt ist es hier auf jeden Fall. Guck mal, hier. Egal, falls die Zwitschen in den Bildschirm gefeffert. Das ist blöd. Ja, das ist blöd. Auf jeden Fall hat er mich dann gezwickt und ich habe reflexartig dann so gemacht. Ja, voll auf die Nase gehauen. Ausgedockt. Tragasso, was ist los hier? Schwierer, Tragasso. Bruder. Team Rocket, die machen auch nur Sturm, ne? Tra, Tra, was? Wie, Tra, Tra? Er freut sich. Was ist los mit Tragasso? Freut er sich? Wie? Beste Freunde jetzt, oder? Bruder, komm her hier. Ich hole dich. Wer bist du? Oh nein, das ist ja schrecklich. Da hat sich gefreut. Das Tragasso hat ein neues Zuhause gefunden. Bruder, acht Jungs. Geil. Na, dreht sie sich? Anscheinend nicht. Hin ja immer rein. Also, hin. Quizfrage. Quizfrage? Hm, okay. Tritra, Tragasso. Schönheit. Dann, jeder. Mit dem Pai Pai. Warum schweigst du so? Nur so. Achso. Telepathisch, Rasierblatt. Also, nicht so wirklich telepathisch, aber. Mit dem Kuh-Kuh-Kuh-Kuh-Kuh. Oh, hier, Metronom. Wie, Kuh-Kuh. Hoi. Aber noch nicht mit Kuh-Kuh. Wie, Kuh. Da gab's die Respekt-Shelle. koop hast du mich da um Shane zu verteilen Kai du Maido bei mir ist auch ein Metronom, Geniesung geil, jetzt gehts hier weiter, guck mal hier da muss auch irgendwas Gutes drin sein hab ich schon Viva-Vulpix Volfe guck mal, weiter gehts hier zack zack Vulpix, Vulpix, Vulpix Oh, eine Astrainerin Oh, Vulpix, wo bist du? Ah, hier komm mal her, hier Astrainerin zack zack Jede Menge Ich habe zwar nicht zum Ende gelesen, aber jede Menge Ich bin noch bei Pipi Achso, ich bin gleich da Dann haben wir Metronom über Battle Ja Z-Metronom Wir können ja auch ein Metronom Battle machen, ne? Warum nicht? Kann man nicht Warum nicht? Ich habe dir gerade die Gründe gesagt, hör doch zu Was ist das für eine Begründung? Ja ne Kannst du nicht arbeiten Los, Laura Komm irgendwie So, jetzt will ich mir das jetzt angucken Darauf er achtet und so Oh, guck mal hier formell A la hochgekrempeltes Hemd Die Stars Was willst du dir da gucken? Ja, wenn ich den jetzt besiege Wenn er sich umdreht und so Achso, wenn der Creepy nach hinten guckt Ja, muss man doch warten Jetzt guck! Ja, ja Das riecht creepy Der guckt dir zu, wie du view bist Wow Wuhuhuhu Der guckt so Ach Das machen andere Pokémon auch Das finde ich total Andere? Wer hat so ein Andere? Ja, Andere Das machen Andere auch? Welchen? Ja, bei mir Glutexo macht das auch Der guckt auch so komisch Ey, vor Ja, hier Ah, Verbrennung Oh, der Lacker Ne, gibt's immer Überroller Tut das weh? Na, guck mal Dank der Verbrennung nicht so doll Bisschen Fuchs, ne? Ich weiß Hildegard Auf geht's Koopa Oh, Koopa entwickelt sich jetzt, ne? 32 Ja, also gibt's immer nur hier Entwicklung Ja, toll Ja Oh Das machst du mit Absicht Das machst du einfach nur mit Absicht Ja Du trainierst immer so weit, dass du genau dann Ja Und dann Oh Was für Zufall Oh Du hast mich enttarnt Enttarnt? Ja Enttarnt Enttarnt? Ja Oh, guck in die Arme Alter Komm Koopa Er bleibt trotzdem Koopa Genau Genau Degamor Zack Geil, man Instant chill Geil, was gibt's jetzt? Blattertanz Mal gucken Das ist so Pflanzenfruchtler, ne? Blattertanz Ja 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 Ja, aber es ist leider, bringt mir gar nichts Weil ich physisch bin Und speziell Minos und so Oder irgendwas Da muss man natürlich Muss man natürlich Muss man natürlich Da rüber die denken, boah ich doch gleich mal raus hier Ja, zeig mal her den Arl Zack, aus dem Ball Ja Wie so ein Frosch Meine Kröle ist das jetzt Guck mal die hat auch Warzen und alles Das ist halt echt so, ne? Und auch wie das sich bewegt Ja 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 Das ist bescheid Exempo hier Zack, zack Ja, da laufen die für Hofe Exempo Ach, das sieht echt bescheid aus, oder? Geil, bestes Feeling Oh, oh 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 Hat er was gefunden? Alter Natürlich hat er was gefunden Geil Ich will das auch finden Ein Riesenpilz Ah, Cooper auch auf dem Rücken Ein Riesenpilz Ah, komm Belastend Ja, muss ich das jetzt auch machen So, mal gucken, ob Eugen das auch findet hier Ach, Eugen Superstar Oh, hier Musiker ist das hier Elektromusiker Oh, der Blitzer Ja, aber Ich hab Cooper Cooper Resistiert Die Elektroattacken Was? Ja Guck mal jetzt Zack, hier Rasierblatt Kritt Was? Du bist doch sowieso schneller, Junge Was? Zack, zack, hier Cooper War kein Crit, okay Peitschen aus Er macht nochmal Agilität Er ist ein Dummkopf Aber was wird auf uns machen? Du meinst, er hat schon eingesehen, dass er verliert? Deswegen sagt er, ich mach lieber Endet auf Plus 4 Ja, deswegen gibt's Respektstellen Okay Okay Was? Ich hab' mit dir Drei Pokébälle, verpiss dich Oh nee Coupa Ja, bei mir ist du übrigens auch ein Blitzer Nein Doch Ist doch ein Elektromusiker Okay Ein Elektromusiker? Ja Hast du das gehört? Ja. Okay. Guck mal, geh mal weg. Vielleicht eigentlich was. Hä? Was ist das? Sonst kommst du klar, ne? Ja. Aha. Aha, ne Perle. Mann, das hat jetzt auch schon gedauert. Riesenperle gefunden. Kabelwasser. Oh. Extrat habe ich auch. Riesenperle. Der rotet wirklich, der schockt. Das ist geil, dass du beim Laufen einfach A spammen kannst, ne? Ja, A. Ja. Wir sind bei Nintendo und nicht bei Playstation. So. Cooper geht mir irgendwie schon ein bisschen auf den Sack. Das ist mit seinem Hinterherlaufen. Mit seinem Hüpfen? Ja. Ja. Okay, bist du auch eingelaufen? Ja. Aber er muss jetzt erstmal kämpfen. Ja, Cooper muss jetzt erstmal kämpfen. gegen Ast-Trainerin Olivia Jones. Oh, ach du meine Güte. Ach, guck mal. Warum kommst du denn mit den Elektro-Pokémon? Wir wissen doch, was passiert. Respekt-Schelle von Cooper. Provisieren hier. Zack, zack. Oh, ich bin so dumm. Ach, guck mal. Lichtschild. Da lache ich doch drüber. Da lache ich doch drüber. Lichtschild? Ja. Ja. So viel Damage macht er aber nicht, ne? Der Ranking. Ist doch die Respekt-Schelle. Deswegen macht der Donner-Blitz ja auch weniger. Weißt Bescheid. Wenn du selber drüber nachdenkst. Da bist du auch mal am Wochenende mit unterwegs jetzt. Macht das auch Sinn, ne? Ja, was ist los? Ist paralysiert. Ja, ich habe keine Respekt-Schelle verteilt. Drei Stück, kein Respekt vor dir. Langsam aber sicher. Ist blöd, wenn man sich am Papier schneidet. Deswegen... Deswegen Rasierblatt, weißt du? Ach komm, Bruder. Drei Köppel. Packen wir einmal die Peitsche aus, dann gibts... Ach eben. Bruder. Locker nichts. Aber paralysiert. Ich kenn's doch. So, Cooper. Dann müssen wir gleich mal eben rausnehmen. Chili. Chili-Shelley willkommen. Chili-Shelley? Chili-Shelley. 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 Eugen, regel das doch mal eben bitte. Eugen ist da. Chili-Shelley mal so. Ne, Eugen. Chili-Shelley. 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 Eugen. Chili-Shelley. Chili-Shelley. Jetzt hab ich auch keine Knarre gedrückt und ich sieh den Wasser. Ja. Erdbeben tut ganz schön weh. Ja. Ist halt wirklich so. Wieso kann die ja nicht in Erdbeben? Ach, auch noch wegen scheiß Lichtschilley vergas. Aber er hört jetzt auf. So. Die hat noch eins. Geh mal weg. So, Chili-Shelley kommt auch wieder raus. Ach, Laura. Laura. Weißt du, Laura-Stern und so. Ich muss hier kämpfen? Ja. Ich hab hier leider zu tun gerade. Weißt du. Ich kann mich überhaupt nicht... Nee. Geht gar nicht. Aqua-Jet hat er gemacht. Okay. Boots. Nochmal. Boots, Digga. Boots. Gucken wir schnell an. Ruck-Zuck-Tibo oder Aqua. Aha. Ah, da kann man sich mal entspannt zurücklehen. Ah, guck mal, Level 20. Hoppla. Du bist viel stärker als erwartet. 5 Überbälle. Immer her mit. Elaxia. Elaxia? Elaxia. Gegen dich kämpf ich gleich, Bruder, aber erstmal muss ich immer eben... Das war die Musik. In der Stadt und so. Hörst du auch gleich. Oder hörst du schon? Ne, noch ne. Guck mal, ich hab voll die dicken Dinger, man. Cooper und Kira. Voll die dicken Dinger? Ja. Übrigens, wie hieß das Schritt, wo wir waren? M ist Ante. Hi. Das ist mal schon einer angesprochen. Erst den Kommentar, weil sie sich immer gegrüßt wird, ne? Ja. Hallo, Adel. Aha. Oh, hallo. Was für ein Zufall. Ja, da hab ich. Musst du das Onyx im Feld, sondern was stärker ist als deins? Äh, da musst du da wohl nochmal hin. Äh, ich bin gerade auf dem Rückweg. Achso. Ja, genau. Tö, tö, tö. Ach, Cracker hab ich bekommen hier, guck mal. Crackers? Crackers und ne Tasse Tee. Geil. Geil, Tee. Nehm doch erstmal einen Tee. Oh, verblicks. Er wollte auch Tee. Ah, der Wachmann. Ah! Alter, guck dir das Quappel an, ey. Die Handschuhe. Du hast erstmal einen Tee. Oh, herrlich. Hast du gehört, was wir mit dem Dings machen wollen mit Tee? Ja, ja. Was denn? Den Leuten abgeben hier. Achso. Ja. Weil, musstest du damals auch in der Story? Nein. Dann wollte der was aus dem Automaten haben. Ja, Tee ist Tee. Der wollte sprudeln, Tafel, Wasser oder Limonade. Jetzt kriegt er halt Tee. Nimm doch erstmal einen Tee. Ja. Mann. Guck mal. Alter, Trainer Coach. Das ist scheiße. Oh, Brenner. Koopa hat nicht so was. Kann nicht so gut gegen den Flug. Koopa, wir wollen wechseln. Kaido, komm ran. Kaido? Kaido. Oder kein Donnerstag. Kein Donnerstag, komm ran. Kein Donnerstag, komm ran. Oh, schade, Kuss geht raus. Tat auch unbedingt weh, muss ich sagen. Und dabei hat er noch nicht mal einen Status mehr. Gut, dass ich ihn nicht verbrannt habe. Ja. Sonst hätte die Fassade noch ein bisschen mehr weh getan. Sie tut auch echt weh. Da muss ich los. Kira Klöppel, komm ran hier. Das ist die Frau oder die Schwester von Peter Klöppel. Ja, genau. Oh mein Gott, vergisst Akkani. Bruder, Akkani. Komm ran. Ich lauf da schnell hin. Akkani, 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 Akkani. Wenn das genauso gut klappt wie mit den anderen, dann sag ich dir. Oh, da. Ich hab doch jetzt Hyperbälle bekommen. Ach so. Von der geilen, äh. Von der weh? Von der Frau hier eben. Von der geilen, ja. Wie heißt die denn noch? Olivia Jones. Ja, Olivia, genau. Hier, hier, Kollege, nimm mal ein paar Hyperbälles. Ab, Kira. Geh dich schämen, Mann. Oh, ich muss zielen, warte mal eben. Ich muss mich konzentrieren. Du kannst das auch mit dem Stick machen, ne? Ja, ich weiß, aber das ist mir zu ungenau. Ich kann das so besser. Zack. Zack, einfach fabelhaft. Wird am liebsten deppen, aber dann wäre das Ding hier sonst wo. Oh ja. Im Bildschirm? Ja. Ach Mann, nur laufen wir an. Das war's dann wohl leider mit Stani. Da muss ich wohl jetzt mit Akkani spielen. Hoffentlich noch ein gutes Wesen. Bitte noch was cooles. Was cooles. Richtig nerrisch bestimmt. Nerrisch? Ja. Kennst du das Wesen Nerrisch? Das ist am besten. Akkani, Level 27 ist still. Still. Minus Angriff plus Spezialverteidigung. Und die Faust, das ist ja das Traurigste, was ich je gesehen habe. Ja. Aber du willst ja immer gleich fertige Pokémon fangen. Freunde, red nicht belastend. So, jetzt die Fassade her, Junge. Bin ich mir gar nicht so sicher, ob ich die noch behalten möchte. Du hast gesagt jetzt. Beim Tausch stehen jetzt auch durch. So. Zack Zack. Koopa, komm mit hier. Du hast hier da was gefunden. Das hab ich doch genau gesehen. Ich muss erstmal heilen gehen hier. Die Ast-Trainerin, die war ganz schön gemein zu mir. So Koopa, was hast denn hier? Woah. 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 Guck mal, was hast denn hier? Guck mal, was hast denn hier? Hier, guck mal. Das macht das natürlich nicht. Hier. Ah nein, du. Mach mal ein Bisasander. Woah. Das ist ein Bisasander. Das ist ein Bisasander. Äh, Mann hier. Ja, es war mal ein Bisasander. Deswegen ist es okay. So. Hier hast du den Tee. Nimm erst mal einen Tee. Guck mal, der sitzt jetzt noch ruhig. Geil. Geil. Müssen wir nicht mehr durch den Tunnel gehen. Geil. Gangster. Paradise, Digga. Gea. Oh hier, Pipi. Nee, Pummelos. Pummelos. So. Ich würde sagen. Ich geh heilen. Ja. Und dann betten wir den Part. Auf easy. Easiness. Und dann würde ich schon fast behaupten, dass wir eine kleine Rechnung noch zu begleichen haben. Vielleicht im nächsten Part schon. Glaub ich nicht. Okay. Ich denke schon. Vielleicht. Ja. Oder meinst du, wir sollten erstmal noch ein bisschen trainieren? Ich weiß nicht. Ich weiß halt nicht. Mal gucken. Mal gucken. Vielleicht machen wir was ganz anderes. Oh, mal gucken. Ja. Ja. Ich wollte gerade schnipsen. Ich weiß zwar noch nicht warum. Aber. Dann würde ich sagen. Halt die Haare. Lassen wir ihn. Bis zum nächsten Mal. Ja. Ja.